mein moin und ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folge hier auf der ist mein liebfreude im ls 19 mit mir und die lieben ostner die braun warum kommt man da her ähm staub naja auch der toll ziegel hat ja nichts in den fliegel los geht's er ist jetzt was soll das was fertig glaub ich ja so wenn er es alles geht ich glaube ich fahre das nächste mal auf die andere Seite dann muss man aufwechseln das war ich einfach für dich ich kann ich besser wenden, aber äh, wir wollten doch, wir wollten doch, wir wollten doch äh, Pappeln machen ja, weil wir es nie im LS 19 gemacht haben wir reden aber von Baumwolle aber die funktioniert auf der Map gar nicht, Baumwolle ist ausgeblendet, ich hab letztens durchgeswitcht bei der einen Sähmaschine und die Baumwolle ist rausgeblendet Jee doch ein Lügner ja gut, aber wir können heute auch machen, haben wir auch noch eine Jünger habeln aber aber dann nehmen wir ein kleines Feld finde ich nicht groß, ja ob ich jetzt ein Lügner in der rechten Leiste sehe ich auch keinen Baumwolle, Herr Schweizer ja wollen wir jetzt mal glauben, oder nicht so ja, kontrollier doch ja, kontrollier doch man ist wohl kontrollier, ist besser ja Herr Schweizer hat was mit tun, also da ja alles kontrollieren wird besser so ja guck, dass er bei mir hinterher kommt die sehen eigentlich unsere beiden Silos aus die sehen voll aus ja, das ist richtig, aber vom Gern her ja 40 und 45 so so bin wir da he was denn äh was denn er hat dir dann rausgeflogen ja ja aus der L.S. äh wisst ihr wie wir die Silos schneller leer kriegen? Farbdater nein 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 ich hab ach nee, das geht gar nicht, wenn ich vorharte das ist eh klar oder kann man unten bei den hohe haha ha 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 oh man, hier aus dem Schleppow ha was 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 schlossen weg du hast einen eigenen du hast einen eigenen du hast einen eigenen ich also bleibst du denn ach man die schweizer verraten Entschuldigung man und ich bin halt für die bündlichsten Menschen wo bleibst du denn bin ja da wo bleibst du denn wollen wir von Freitag sprechen den Freitag war ja eigentlich sowas Absicht das wusste ich ich wusste es weil du Ossi hast geschrieben nein ich kann gar nicht und dann hast du es gelöscht dann hab ich ganz gewusst dass sie nicht kommen und hat trotzdem ne 4 Stunden rumgesessen nee ich war ja genuted ich hab äh Fernsehen geguckt war egal was du trotzdem rumgehockt nee ich war einfach auf der S ja sag ich doch aber ich persönlich nicht mein Computer war auf der S davon hab ich doch gar nicht geredet warte wo bleibst du denn ja Junge du ziehst mich ab du hast viel mehr PS als ich und man hat Arman gedacht ich hab viel mehr Qualität das so rund um von so an dass wir gleich loszünden können Abwart Abwart der Schweizer was du denkst geht ein Vorwärter Deutsch oder was das er hat sich die Welt in der Unruhe nachher zu betreffen der schuldigung mit mir ziehen und der ist nennen fünfhundert oder so und 580 bei erhebte sechs Prozent 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 bei der Zoll und so bis wir haben keinen das fest bei der Frage ist ob man sich unten abkippen kann mit einem Anhänger und zwei Prozent der Aufsammler von für Schwaden so zu gewöhnen Prozent die Gälder die Brüderin sind wohl schon getestet dieses Schwarz-Ansammler und gibt es in der Zettel sieben bei uns die alle jahre die Beine Bette das haben wir eigentlich zu tun bis zum Vorspulen das das war auch bei der Barriere das ist so wichtig das Spuren der Spur das Wort Blüten Brüttemberg ja ich bin auch abladen das Ziel ist er nicht stopp und schaufeln so wir probieren das mal ja warte probieren wir das mal, aber ich äh nimm mit der Schaufel oben drüber ne ne ja ja aber du musst oben drüber kurz mit der Schaufel das ist wie folie weggebe genau ne guter Pekkerfeld der sollte eigentlich schon reichen alter das wollen wir schon wieder ah das schiebe ein bisschen er ist voll oh guck mal da oh da ich glaube rückwärts wer vor allem er probiert erstmal zack voll wenn dann wenn dann ja was hab's genau gesehen also bitte dass es jetzt funktioniert weil sonst wird's letztend ja gut also wenn das du gesehen dann können wir einfach mit diesen Anbauhäcksler reinfahren einer zieht den Häcksler zwei fahren mit der Anhänger hin und her und dann lübt der Lachs dann sind die Siedos in 10 Minuten leer weiter Pekabo naja naja zur Not hoffen wir uns immerhin drei Radladen auch gedauert haben ja kann man au hau 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 auf hau 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 wenn hau un un hat un Ich will sehen, warte, okay, ich warte auch einen Einglick. Ich will sehen. Oh, was? Er hat sich ein Loch geschaufelt in Silo und ist da drin hingeblieben. Das kann ja nicht wahr sein. Das ist ein Sand, ey. Ich glaube, du darfst nicht vertraut. Ja, und jetzt noch nicht mehr. Ja. Kann man schieben vorhin, bitte? Ich habe keine Zeit, tut mir so leid. Das würde ich gerne machen. Eigentlich bräuchten wir eigentlich nicht mal einen Anbauhäcksler, aber egal. Oh, na gut, ne. Oh, na gut. Ich nehme mehr Silage auf, als nicht zu schieben, Alter. Warte, wird ein bisschen schwer. Hey, alles easy. Guck mal hier. So, schaufel und wupp dich dann. Jetzt wird da schon... Nicht rückwärts, nicht rückwärts, nicht rückwärts. Dann bist du hier wieder drin. Fahr weiter. Ja, ich bin grad auf dem Puckeln. So, jetzt auf. Abwart. Äh, äh. Gib um mit dem Scheiß. Alter. 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir ziehen Erfolg bis raus. Die Seite ist besser zum Reinzufahren. Du musst einfach nur besser reinfahren. So, dann geh ich mir auch mal einen Kipper holen hier, dann kommt Ossi gleich mit seiner Muppfelder an. Hallo. Jongle, der bremst voll mein Augen. Ich hab Gas gegeben. So, jetzt hier entschuldigt der Marker. Ähm, der Silo ist. Der Bunker Silo ist voll. Ja, ich sprühe doch vor. Mach doch mal. Ist wahrscheinlich mal 30. Der hat er grade gemacht. Reicht, glaub ich... Reicht irgendwie, glaub ich, immer noch. Was muss ich ändern? Nein. Ja? Mhm. Nee. Leer? Doch! Babel Topf, weg! Ja. Warum weg? Mann, Ossi bei. Ich muss mich hier immer verwinkeln, wenn der kommt. Okay, er kann nicht rückwärts machen. Ich kann nicht rückwärts bleiben. Scheißgeleck-Achsen. Du bist da hinten. Höh! Guck mal, hier mal kurz... Wie soll ich da... ...ein starker Bauer anmachen? Ist schon an. Ah, nee, ist aus. Okay, jetzt an. Ah! Das Gerät. Guck mal, jetzt über den scheiß Buckel hier durch. Oh. Nee! Es ist kein Univarsin! Schon wieder ne Buckel, oder? Ja, scheiß. Haha! Aber jetzt... jetzt, jetzt, jetzt jetzt rückwärts ja rückwärts komm ich sowieso, das ist kein Problem ja dann fahr doch rückwärts aber ich muss ja über den Buckel ach so, du bist noch nicht voll äh, jetzt hängt da auch ein Buckel äh, äh äh, Alter was? ja, also es geht besser du musst einfach rückwärts setzen, aber denk dann, das ist eine Lenkachse äh, jetzt denk ich dran äh, hier muss kurz mit der Schaufel durch, äh, Fabi naja, geht doch, wenn der gleich mal anbereichster kommt, dann geht ja zieht's ja runter, die Folie ich glaube nicht ach, das testet jetzt einfach ja, sie ist ja gleich da ähm weiter, da steht ein, äh, Begrenzungspfeiler Toink Fabi ja ja den hat er beim ersten Mal Lehrschaufel schon gefunden und jetzt, äh verliebte Pärchen finden sich immer wieder ähm ja, Fabi ja, Fabi ja, ist ja klar ja ich fache zum Weg, ne so, es ist gut lass mich runter der Junge ist fix und fertig heute Abend ja besser zu das ist gut reicht jetzt im Zino, reich, reich ja, das ist gar nicht ja, das ist gar nicht das ist das ist also mehr, mal fünf funktioniert eh nicht das kann ich dir gleich vergessen ups ne, mal 60, ja, das soll doch reichen mal 40.000, äh, mal 4.000 funktioniert auch nicht nur Abfahrt, aus dem das ist gar nicht also, wir fahren meistens laut logisch wo, ich mal ausklappen, das Gerät die Gerät nö das funktioniert, ich weiß es ja nicht nö 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 ob das überhaupt funktioniert, das weiß ich nicht ja, das zieh einfach rein ja, wir sehen es ja ja, toll ja, das ist doch eigentlich für für Mais zu schneiden das ist eigentlich für Schwarz aufzusammeln nein, für Schwarz aufzusammeln das ist für Schwarz aufzusammeln, ja das müsste ja eigentlich genau so funktionieren wie die, äh, Dings ist das nicht für Mais zu schneiden? ja, nein, das ist für Gras und so, wie ein Hexe halt, nur ohne müsste eigentlich genau so funktionieren wie, äh, der Ladewagen oh, komm, komm warte mal, kann das sein, dass ich einfach das Silo ein Stück weiter aufmachen muss warte, hängst du schon wieder auf dem Silo fest nein, nein, ich hänge nicht, nein, nein da sind Silo-Männchen Nr, Männchen Nr, Männchen Nr, Männchen Nr, Männchen ja hab ich schon aber es ist die Idee geduldet achso Popo Hilfe ne ah lol das ist einfach ein Hexer für Armes halt jetzt mal aber willst du eigentlich heute noch was? ja fertig mach ich hier nur noch wieder runter von meinem Häufchen was ich hier gemacht hab mein feines Kapka äh oder Kadek ah der hat auf jeden Fall jetzt ein Wagen gemacht da kommst du jetzt mal da runter? ja ja kann die Karre die ich dann hab überhaupt meistens die Dage oh das ist die andere Frage ja doch bist du dran ja passt 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 ja der ist aber die Schaufel auch ja gut wär ja egal dann wüssten wir ob's funktioniert ja 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 warte mal ich fahr mit der Schaufel drunter ja warte also kein Geld ausgegeben das Ding ja gut es wär halt cool wenn's funktionieren würde ja zieh mal rein Das Problem ist, kann das überhaupt, Silage, das Teil? Ja, ja, unterstützt wird das. Steht ja dran. Weißsilage wird unterstützt. Also, rein theoretisch müsste es das aufnehmen. Wollte ich fast wieder verkaufen. Ja. Es passiert auch selten. Wir kaufen nicht eine Maschine eigentlich, wo geht in der gleichen Folge wieder weg. Ja, ein paar Mal ist es schon passiert. Aber, schweiß ich. Alter. Aber, meine Lieferne. Hm, bitte. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like hier nicht vergessen. Abo da lassen und unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.